Es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand haben wird. Wie alle hochentwickelten Lebensformen auf der Erde erfahren wir nicht nur alle erdenklichen Formen des psychischen und physischen Leids. Wir wissen zudem auch noch, dass wir diesen Übeln letztlich nicht entgehen können, so sehr wir uns auch immer anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben so tapfer meistern, ohne dem Irrsinn zu verfallen. Von daher ist es leicht nachzuvollziehen, warum sich aber Millionen Menschen weltweit mit aller Kraft an die Rettungsringe des Glaubens klammern. Wohl ahnen es viele, dass sie sich mithilfe dieser metaphysischen Rettungsringe nicht über Wasser halten können, doch nur wenige gestehen es sich ein. Zu groß ist die Angst, loslassen zu müssen und im Existenzstrudel ganz auf sich allein gestellt zu sein. Dieses Grunddilemma bildet den Hintergrund für das letzte, beklemmende Werk von Bernd Alois Zimmermann, das er kurz vor seinem Suizid im August 1970 vollendete. Die ekklesiastische Aktion für zwei Sprecher, Bass, Solo und Orchester wird mitunter als ein Werk des Glaubens verstanden. Mehr aber noch ist es ein Werk des Zweifelns, wenn nicht gar des Verzweifelns angesichts der Ungerechtigkeit der Welt. Dies wird schon am Titel deutlich. Ich wandte mich und sah an, alles Unrecht, das geschah unter der Sonne. Entnommen ist dieses Zitat der Luther-Übersetzung des Buchs der Prediger Salomo aus dem Alten Testament, das in der lateinischen Vulgata den Titel »Lieber Ekklesiastes« trägt, was erklärt, warum Zimmermann den Untertitel »Ekklesiastische Aktion« wählte. Es lohnt sich, die Sätze aus dem Prediger, auf die sich Zimmermann in seiner Komposition stützte, im Zusammenhang zu zitieren. »Ich wandte mich und sah an, alles Unrecht, das geschah unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und hatten keinen Tröster, und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig, dass sie keinen Tröster haben konnten. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die noch das Leben hatten. Und besser denn alle beide ist, der noch nicht geboren ist und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht.« Mit seiner pessimistischen, skeptischen Haltung steht der Prediger in einem merkwürdigen Kontrast zu den restlichen Büchern des Alten und Neuen Testaments. »Heißt es dort, dass es den gerechten Gut und den Freflern schlecht ergehen wird?« So weist der Prediger auf die empirische Erfahrung hin, dass diese fromme Erwartung oft nicht zutrifft. Dabei stimmt der Prediger keineswegs eine generelle Klage auf das irdische Jammerteil an. Er weiß sehr wohl, dass es unter der Sonne nicht nur Leid, sondern auch Freude gibt. Das Problem, das ihn bewegt, ist, dass Freude und Leid so ungleich verteilt sind. Dagegen helfen auch alle Bemühungen der Menschen nicht, mit Hilfe von Arbeit und Geschicklichkeit das Beste aus dieser seltsamen, oft grausamen Welt zu machen, in die sie hineingeworfen wurden. Auch diese Sentenz aus Vers 4 des Predigers greift Zimmermann in seiner Komposition auf. »Ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun. Da ist nur Neid des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind.« Dieses Bild vom Haschen nach Wind taucht im Prediger immer wieder auf. »Es verdeutlicht die letztendliche Vergeblichkeit aller menschlichen Bemühungen« oder, um es mit Albert Camus auszudrücken, die Absurdität der menschlichen Existenz, die wir zwar nicht vollständig aufheben, gegen die wir uns aber auflehnen können, im Sinne des Camus'ischen Mottos »Ich revoltiere, also bin ich.« Dieses Element der Revolte gegen eine absurd erscheinende Welt taucht auch in der Geschichte des Großinquisitors auf, die Dostoyevsky, seinen Protagonisten Ivan Fyodorowitsch im Roman »Die Brüder Karamazov« erzählen lässt und auf die Zimmermann in der »Ekklesiastischen Aktion« ebenfalls zurückgegriffen hat. Zur Erinnerung. Dostoyevskys Geschichte in der Geschichte handelt davon, dass Jesus wieder auf Erden zurückkehrt, ein paar Wunder bewirkt und daraufhin sofort vom kirchlichen Großinquisitor verhaftet wird. Der steinalte Inquisitor wirft seinem Messias vor, die Natur und die Nöte der Menschen missachtet zu haben, die eben nicht nach Freiheit dürsten, sondern nach Brot. Da die jesuanische Botschaft die Menschen nicht erreichen könne, habe die Kirche, so der Inquisitor, auf die teuflischen Versuchungen Jesu in der Wüste zurückgegriffen. Seit vielen Jahrhunderten schon folge sie nicht ihm, dem Messias, sondern dem Teufel, dem die Kirche das beste Rezept verdanke, um im Dienste der Menschheit über den gesamten Globus zu herrschen, nämlich, gestützt auf die drei Pfeiler, das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Zimmermann ist es gelungen, die beiden Texte, die Großinquisitor-Erzählung und die Verse des biblischen Predigerbuchs, die immerhin in einem zeitlichen Abstand von rund 2000 Jahren entstanden sind, auf geschickte Weise miteinander zu kombinieren. Möglich wurde dies dadurch, dass beide Texte letztlich denselben Sachverhalt behandeln, nämlich das sogenannte Theodizee-Problem. Also die Frage, wie kann ein allwissender, allmächtiger und allgütiger Gott eine Welt erschaffen haben, die von so vielen Übeln bestimmt ist? Und wie, um alles in der Welt, sollen wir es uns erklären, dass dieser allwissende, allmächtige und allgütige Schöpfer niemals eingreift, um die Not der vielen Unschuldigen zu lindern? Die Antworten, die die christliche Theologie auf diese bohrenden Fragen gefunden hat, sind alles andere als überzeugend, wie unter anderem der österreichische Philosoph Gerhard Streeminger in seinem lesenswerten Buch »Gottes Güte und die Übel der Welt« aufgezeigt hat. Das gilt selbst für das stärkste Argument, das die Theologie zur Lösung des Theodizee-Problems in die Waagschale geworfen hat, nämlich die vermeintlich frohe Botschaft, dass die irdische Ungerechtigkeit im Zuge des göttlichen Weltengerichts am Ende durch eine höhere jenseitige Gerechtigkeit aufgehoben werde. Diese Konstruktion einer radikal zweigeteilten Welt, Ungerechtigkeit im Diesseits, Gerechtigkeit im Jenseits, leuchtet auch Ivan Fyodorowitsch, der die Großinquisitor Geschichte erzählt, nicht ein. Dabei erinnert er an die unschuldigen Kinder, die unter schlimmsten Qualen ums Leben kamen. Zitat Was kann die Hölle wieder gut machen, wenn solche Kinder schon zu Tode gequält worden sind? Und was ist das für eine Harmonie, wenn darin eine Hölle vorkommt? Ich will verzeihen, will umarmen, ich will nicht, dass weiter gelitten wird. Und wenn die Leiden der Kinder helfen mussten, um jene Summe von Leiden vollzumachen, die zur Erkaufung der Wahrheit notwendig war, so behaupte ich, dass die ganze Wahrheit diesen Preis nicht wert ist. Aus ethischen Gründen lehnt Ivan deshalb die verheißene göttliche Harmonie im Jenseits ab, denn, Zitat Für diese Harmonie wird ein gar zu hoher Preis verlangt. Es entspricht nicht unserem Geldbeutel, so viel Eintrittsgeld zu bezahlen. Darum beeile ich mich, mein Eintrittsbillett zurückzugeben. Und wenn ich auch nur ein einigermaßen ehrenhafter Mensch bin, so bin ich verpflichtet, das möglichst rasch zu tun. Das tue ich denn auch nicht, dass ich Gott nicht anerkenne. Ich gebe ihm nur mein Billett ergebens zurück. Im Roman kündigt Ivan Fjodorowitsch mit diesen Worten an, sich bei Zeiten das Leben zu nehmen. Ein Entschluss, den Bernd Alois Zimmermann kurz nach der Vollendung seines Werks in die Tat umsetzte. Als wollte er diese finale Entscheidung noch einmal musikalisch untermauern, zitierte er am Ende des Stücks den Bachchoral »Es ist genug«, in dem es heißt »Es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt, so spanne mich doch aus, mein Jesus kömmt. Nun, gute Nacht, o Welt, ich fahre ins Himmelshaus, ich fahre sicher hin mit Frieden, mein feuchter Jammer bleibt darniden, es ist genug.« Zimmermann beschränkte sich allerdings auf die ersten drei Zeilen. Dies könnte rein ästhetische Gründe haben, da ein längeres Zitat möglicherweise das Gleichgewicht der Komposition gestört hätte. Aber diese Konzentration auf die ersten drei Zeilen könnte auch darauf hindeuten, dass Zimmermann das Vertrauen in die nachfolgenden Verse des Chorals verloren hatte, dass er am Ende seines Lebens eben nicht mehr darauf hoffte, nicht mehr darauf hoffen konnte, dass Jesus kömmt und er selbst nach dem Tode mit Frieden ins Himmelshaus gelangen würde. Jedenfalls lässt sich das wortlos, rein instrumental vorgetragene Fragment des Bachchorals schwerlich als Triumph des Glaubens deuten. Denn der verstörende musikalische Kosmos, den Zimmermann für sein Werk geschaffen hat, setzt sich am Ende gegen die besänftigenden Bachschen Harmonien durch. Statt Glaubensfestigkeit zu vermitteln und Trost zu spenden, wirkt das Bach-Zitat wie ein schmerzhafter Abgesang auf eine Welt, die längst verloren ist, wie eine schattenhafte Erinnerung an Verheißungen, die einst geglaubt wurden, aber inzwischen weitgehend verblasst sind. Zimmermanns Stück beginnt und endet mit dem Klang einer Posaune. Damit bezieht er sich, wie zuvor bereits Gustav Mahler im letzten Satz seiner Auferstehungs-Symphonie, auf eine Stelle im Neuen Testament, die besagt, dass das jüngste Gericht durch den Klang einer Posaune eingeleitet werde. Doch deutet diese musikalische Anleihe darauf hin, dass Zimmermann wirklich an das nahende Weltengericht und die Auferstehung der Toten geglaubt hat? Vermutlich nicht, denn Zimmermann war, wie Gustav Mahler, viel zu belesen, um nicht zu wissen, dass ein solcher Glaube mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf Sand gebaut ist. Denn das jüngste Gericht ist das älteste Gerücht der Menschheit. Laut Neuem Testament hatte Jesus seine finale Wiederkehr bereits innerhalb einer einzigen Generation angekündigt. Gekommen ist es dazu nicht, wie auch alle späteren von Theologen oftmals auf die Minute genau berechneten Weltuntergangstermine spurlos an der Menschheit vorbeigezogen sind. Auch die Tatsache, dass Zimmermann sein letztes Werk, wie alle vorangegangenen, am Schluss mit dem jesuitischen Motto OAMDG signierte, Omnia ad Majorum Dei Gloriam zu Deutsch, alles zur größeren Ehre Gottes, belegt keineswegs, dass er letztlich seinen Frieden mit Gott gemacht hätte. Im Kontext dieses Stücks lässt sich dies auch als ein bitterer Kommentar interpretieren, denn der jesuitische Wahlspruch taucht in der Erzählung des Großinquisitors ebenfalls auf, und zwar in einem makaberen Zusammenhang. Zum Ruhme Gottes brennen dort nämlich die Scheiterhaufen, auf denen die schändlichen Ketzer gerichtet werden. Untermauert wird diese Deutung durch Zimmermanns Entschluss, sich nach der Vollendung des Werks das Leben zu nehmen. Denn aus katholischer Sicht gilt der Suizid als eine der schlimmsten Sünden, die ein Mensch überhaupt begehen kann. Warum? Weil das Leben laut Katechismus der katholischen Kirche ein Geschenk Gottes ist, über das wir Menschen nicht verfügen dürfen, da wir nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens sind. Damit qualifiziert sich der Suizid als eine schwerwiegende Sünde, denn die Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Die Sünde lehnt sich gegen die Liebe Gottes zu uns auf und wendet unsere Herzen von ihm ab. Wie die Ursünde ist sie ein Ungehorsam, eine Auflehnung gegen Gott. Und damit komme ich zum Schluss auf den Titel zu sprechen, den die Württembergische Philharmonie dem fünften Sinfoniekonzert gegeben hat. Glaube macht Sünde. Dies lässt sich als Aussagesatz interpretieren, in dem Sinne, dass erst der Glaube die Sünde konstruiert, was zweifellos richtig ist. Die drei Worte lassen sich allerdings auch als Substantive lesen, womit ein innerer Zusammenhang angedeutet wird, demzufolge sich die Macht des Glaubens oder der Glaubensverwalter erst über die Konstruktion der Sünde ergibt. Auch dies ist zweifellos wahr, denn die Kirche lebt von der Sünde, die sie für ihren Machterhalt braucht. Das dahinterstehende Herrschaftskonzept ist denkbar einfach, denn es verlangt nur drei aufeinander abgestimmte Handlungsschritte. Erstens schnüre ein Moralkorsett, das für die Spezies Mensch aufgrund ihrer evolutionären Veranlagung zu eng ist. Man denke etwa an die christliche Sexualmoral. Zweitens reagiere auf die zu erwartenden Normübertretungen mit moralischer Empörung sowie, sofern möglich und nötig, mit empfindlichen Sanktionen. Drittens biete den reugen Sünderinnen den Weg der Erlösung an, was sie langfristig an dich bindet. Wie können wir uns von diesem Herrschaftskonzept befreien? Nun, statt auf die Stützpfeiler der kirchlichen Macht, Wunder, Geheimnis und Autorität, die Dostoyevsky beschrieben hat, sollten wir uns auf die Stützpfeiler der modernen offenen Gesellschaft besinnen, nämlich Logik, Empirie und Achtung der Menschenrechte. Dies verlangt unter anderem, dass wir uns der empirischen Wirklichkeit illusionslos stellen sollten. So sollten wir anerkennen, dass das Universum, das wir beobachten können, exakt die Eigenschaften besitzt, die wir erwarten müssen, wenn sich dahinter kein geheimnisvoller göttlicher Heilsplan verbirgt, sondern bloß das blinde Walten von Zufall und Notwendigkeit. Damit erübrigt sich auch das Theodizeeproblem, da es keine vernünftigen Belege für die Annahme eines Schöpfer Gottes gibt, der in die Naturgesetze eingreifen würde, um die Not der Menschen zu lindern. Die Aufgabe, für bessere, gerechtere Lebensverhältnisse zu sorgen, können wir daher an keinen Gott übertragen. Wir müssen uns dieser Aufgabe selbst stellen. Und die moderne offene Gesellschaft, die sich von der Glaubensherrschaft befreit hat, kann auf diesem Gebiet weit größere Erfolge aufweisen als jedes theokratische System. Deshalb ist es heute, zumindest hier in Europa, deutlich leichter, Mensch zu sein, als es für die allermeisten unserer Artgenossen in der Vergangenheit war. Zwar haben wir längst noch nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigt und wir stehen insgesamt als Spezies vor wahrhaft gewaltigen Herausforderungen. Dennoch, trotz Corona, Krieg und Klimawandel können heute weit mehr Menschen als je zuvor die Chance nutzen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es selbst als richtig erachten. Das von Albert Camus aufgeworfenen Problem der Absurdität der menschlichen Existenz können wir zwar nicht vollständig auflösen, aber wir können es anders interpretieren. Hinweise darauf gab, interessanterweise, bereits der Autor des biblischen Predigerbuchs, der in dem von Zimmermann nicht vertonten Vers 9 zur Freude trotz der Eitelkeit des Lebens aufrief. Zitat In diesen biblischen und zugleich erstaunlich unbiblischen Zeilen klingen Grundelemente der epikuräischen Philosophie an, auf die später auch Friedrich Nietzsche zurückgegriffen hat, um seine Weltsicht jenseits von Gut und Böse zu begründen. Der altgriechische Philosoph Epikur, der vor rund 2300 Jahren lebte, lehrte, dass wir den Sinn des Lebens sinnlich erfahren sollten, statt ihn uns übersündlich herbei zu halluzinieren. Dieser sinnliche Sinn des Lebens wird auch nicht dadurch entwertet, dass das Leben endlich ist. Vielmehr steigert sich der Wert des Diesseits durch die Absage ans Jenseits. Dies drückt sich auch in dem berühmten Leitspruch der Epikuräer aus, Carpe Diem, pflücke oder nutze den Tag. Wir lernen daraus, gerade weil das Leben endlich ist, ist es so unendlich kostbar. Leider war Bernd Alois Zimmermann, gezeichnet von schweren Depressionen und einem fortschreitenden Augenleiden, nicht mehr in der Lage, diese tiefe Lebensweisheit für sich anzunehmen, die bereits in seiner Textgrundlage dem Prediger Salomo angelegt war. Insofern erinnert sein letztes, großartiges, beklemmendes Werk die ekklesiastische Aktion uns nicht nur daran, wie schwer es ist, Mensch zu sein. Es ist zugleich auch ein Mahnmal dafür, dass wir uns das Leben nicht noch schwerer machen sollten, als es ohnehin schon ist. Das ist ein Mahnmal dafür, dass wir uns das Leben nicht noch schwerer machen sollten, als es nicht mehr so schwerer machen sollten, als es nicht mehr so schwerer machen sollte. Vielen Dank. Vielen Dank.